Hey, mein Führer. Sie suchen also an, Berlin zu verlassen. Mein Führer, wie Sie wissen, sind alle ärztlichen Administrationen und Verbände, die der SS und Himmler unterstellt sind, inzwischen aus Berlin abgezogen. Himmler ist eine Verrettung. Er wird seiner gerechten Strafe nicht entgehen. Mein Führer, als Reichsarzt SS gibt es für mich keine Aufgaben mehr hier. Ihr Anzug in Berlin zu verlassen ist ganz und gar unakzeptabel. Kommende Generationen dankbar sein. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Entsuchen Sie ihn! Ich will Fegelein sehen! Zerfahrt! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Falls die Russen mich, ich muss hier weg! Bringt Sie mir Fegelein! Fegelein! Rollen! D 23 D 23 ARD Text im Auftrag von Funk